Assalamu alaikum wa rahmatullah Wie angekündigt wird es am 28.12. und am 31.12. eine Fortsetzung der Vortragsreihe zu den 40 Ahadith des An-Nawawi geben. Die Geschwister, die den Flyer herausgegeben hatten, hatten sich beim Datum geirrt. Also sie haben 2020 geschrieben, aber selbstverständlich wird das 2019 sein. Wir wollen zum Ende dieses Jahres nochmal etwas Sinnvolles machen und versuchen, die Al-Arba'un al-Nawawi etwas voranzubringen. Wir waren ungefähr im letzten Jahr angekommen beim Hadith Nummer 10 und werden jetzt beim Hadith Nummer 11 weitermachen. Es gibt dieses Jahr keinen Frauenzugang. Der Frauenbereich ist nämlich unzugänglich. Das hat nichts mit uns zu tun, sondern mit den Gastgebern. Der Raum für die Frauen ist einfach besetzt. Des Weiteren werden die Unterrichte nicht vom 28. bis zum 31. andauern. Es sind tatsächlich nur zwei Tage. Der 28. bis zum 28. und der 31. Wir wurden auch über Übernachtungsmöglichkeiten gefragt. Das gibt es nicht. Es gibt von uns aus keine Übernachtungsmöglichkeiten. Und da können wir auch leider nichts machen. Die Unterrichte werden eineinhalb Stunden bis zwei Stunden gehen. Und wie die Gastgeber bereits in dem Flyer erwähnten, wird es möglicherweise etwas zum Essen und Trinken geben. Ob das eine ganze Mahlzeit ist oder Kleinigkeiten, das weiß ich nicht. Ja, auf jeden Fall. Wir werden das Ganze aufnehmen für die, die nicht kommen können. Und die Admins der YouTube-Seite werden das dann auch so nah wie möglich hochladen. Ja, über jeden Besuch freuen wir uns. Und wir sehen uns dann am 28. in Darmstadt in der Masjid al-Shafi'i. Auch die Adresse bitte beachten. Im ersten Flyer gab es auch in der Adresse einen Fehler. Dieser wurde im zweiten Flyer auch behoben. Und das war der Dachwahn. Alhamdulillah, Rabbul Alameen. Wassalamualaikum.